Im letzten Jahr stand die große Jubiläumsfeier unserer Bielefelder Volksbank an. Wir haben 150 Jahre zu feiern gehabt, 150 Jahre hier am Standort Bielefeld. Damit sind wir die älteste Genossenschaftsbank in Westfalen. Daraus sind wir ein bisschen stolz und das haben wir richtig groß gefeiert. Die größte Herausforderung für dieses Event war sicherlich, dass wir für unterschiedlichste Zielgruppen arbeiten mussten. Das heißt, wir hatten einmal die Zielgruppe der offiziellen Gäste, wir hatten die Zielgruppe unserer Kunden und Mitglieder, wir hatten die Zielgruppe der Bielefelder Bürgerinnen und Bürger und wir hatten ganz besonders auch die Zielgruppe unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir voll mit integrieren wollten in dieses Konzept. Wir haben uns für AMS als Partner entschieden, weil AMS eine Agentur ist, die hier in unserer Region, in unserer Heimat präsent ist, in Bielefeld. Und wir wollten ganz bewusst hier auch am Bielefelder Markt einen Partner finden. Und AMS hat einen guten Namen, das wussten wir vorher. Und die Gesamtveranstaltungsfolge hat uns auch gezeigt, dass wir damit den richtigen Griff getan haben. Ja, wir waren glücklich auf der einen Seite, als das Jahr rum war, weil da ganz viel von uns abgefallen ist an Belastung. Wir waren zufrieden mit der Zusammenarbeit mit AMS, weil AMS ein sehr kompetenter Partner war, der uns begleitet hat. Und aus unserem Team und dem Team AMS, die diese Veranstaltung mit begleitet hat, ist zum guten Schluss dann fast ein gemeinschaftliches Team geworden. Und das ist, glaube ich, gerade bei solch einer Veranstaltungsfolge von ganz besonderer Bedeutung. Und das war unser Jubiläumsjahr 2011. Und elf